Hi und herzlich willkommen zu Folge 5 unserer Secret Girl Let's Plays mit Daniela und Felicity. Das war irgendwie anders jetzt. Naja, aber Hauptsache ihr wisst, welches Let's Play wir spielen. Und zwar sind wir wieder zurück und an der Stelle möchte ich einmal einen riesen Dank sagen, dass ihr meiner Monterra so viele Besserungswünsche ausgerichtet habt. Ich würde ja sagen, ihr geht es schon viel besser, aber irgendwie... Also, weiß nicht. Naja, aber vielen, vielen Dank dafür. Leider bin ich jetzt angeschlagen, vielleicht hat die blöde Kuh mich auch einfach angesteckt. Weißt du, was ich meine? Hast du mich angesteckt oder was? Naja, ich bin auf jeden Fall krank. Aber hey, das hält uns nicht davon ab, diese Folge zu machen, denn ich freue mich mega, dass es heute weitergeht. Wir werden sehr wahrscheinlich noch nicht unbedingt mit Daniela, äh sorry, mit Felicity auf die Arbeit gehen können, weil wir haben heute erst Samstag und sie haben am Wochenende beide frei. Aber das ist vielleicht gut, damit wir ein bisschen die City noch ein bisschen besser kennenlernen können, mal gucken können, wer lebt denn, mal abgesehen von unseren drei Nachbarsgirls, noch so in der Hood und wen können wir kennenlernen. Ihr habt mir vorgeschlagen, dass es eine Mod gibt für Daniela, damit wir ihre Karriere auch irgendwie begleiten können, aber ich habe sie leider nicht gefunden. Also, wenn ihr wisst, wie die Mod heißt, schreibt es gerne nochmal in die Kommentare und ich würde sagen, wir starten direkt rein in die Folge. Ich wünsche uns allen ganz viel Spaß und let's go! Ja, wir sind hier und beide Mädels haben wahnsinnigen Hunger, aber ich glaube, es ist auch irgendein Feiertag, es ist Ostern. Es ist halt die Frage, ob wir zu Ostern mal nach Hause gehen und uns da den Magen vollschlagen bei der Familie. Das klingt eigentlich gut, oder? Geh mal duschen, Daniela. Und wenn du geduscht bist, geht, ja, geht Felicity auch noch duschen und dann gehen wir zur Familie. Daniela, hopp, hopp, geh duschen. Ich muss auch noch in die Dusche. Ja, jetzt chill mal, ich bin doch gleich fertig. So, wir machen aber nichts zu essen. Guck mal, du kannst mal hier aufräumen, hier sieht es aus wie die Wutz. Ich bin fertig, gehst du jetzt auch schnell duschen? Daniela, du kannst doch jetzt nichts essen, wir gehen doch gleich zur Familie. Ach, so ein bisschen Reste essen geht doch immer. Also, ich hoffe, meine Lieben, ich höre mich nicht so krass verschnupft an. Also, ich versuche mich hier wirklich zusammenzureißen, was meine Erkältung angeht. Aber falls ich mich heute irgendwie ganz anders anhören sollte, weil in meinem Ohr höre ich mich natürlich anders an, weil meine ganzen Ohren, also beide Ohren sind einfach zu. Au, also wenn ich jetzt irgendwas hier verkackt, dann liegt es daran, dass ich eine Erkältung habe. Definitiv, weil dann habe ich es nicht gehört, okay? Das ist eine gute Ausrede. So, okay, hallo Mädels, gehen wir jetzt Ostern feiern bei der Family. Kommt mit. Wir reisen zusammen zu Familie Hillegers. So, aktuell ist es so, dass Mom, Dad und alle anderen zwar schon ihren Senioren-Skin haben, aber sie noch keine Senioren sind. Das sollte ich mal noch ändern vielleicht, ne? Aber ich habe immer Angst, dass die dann direkt umkommen. Aber das passiert, glaube ich, nur, wenn man es im Kass macht. Ich bin nämlich nicht bereit, dass eine von beiden oder generell jemand geht, ne? Aber eigentlich müssen wir es jetzt mal langsam machen, weil wir zu lange schon darauf warten. Ich habe sehr, 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 sehr lange rausgezögert, aber ich habe ja die Alterung in vielen Let's Plays einfach komplett ausgeschaltet, damit wir das einfach selbst in der Hand haben. Aber, ne, ja, wir müssen das leider, glaube ich, jetzt mal machen. So, jetzt klopfen wir mal. Oh, hey, Mom. Oh, Daniela. Oh, nee. Oh, Daniela, du bist ja auch wieder da. Hallo, hallo, an Ostern. Wie schön, macht es euch gemütlich. Geht schon mal rein. Geht schon mal rein, Kinder. Felicity, hallo, geht schon mal rein. Dad. Guck mal, da macht er wieder Sport. Moritz, du solltest es nicht zu übertreiben. Irgendwann kriegst du immer noch ein Herzkasper, du. Bonnie, wo treibst du dich rum? Oh, guck mal, Caroline ist auch da. Oh, äh, hast du dich da reingebackt? Finn, real talk. Och, mach doch nicht immer solche Sachen, Finny. Oh, teleportiere, bla, bla. Finn, zack. Finn ist wieder befreit. Und wo ist Bonnie? Hä, im Inventar von Daniela, hast du was geklaut, Daniela? Wo hast denn du die jetzt her? Ey, sag mal. Dad, wo bist du? Daddy? Hey, Dad. Oh, Prinzessin, hallöchen, na? Wie geht's dir? Ist alles gut in der Stadt? Ja, alles super, Dad. Ich mach mich echt gut in meinem neuen Job. Oh mein Gott, und ich hab euch ja erzählt, dass ich finde, dass sie aussieht wie dieser Hase von Soomania. Und voll viele haben zugestimmt. Ihr seht das auch so, find ich voll lustig. Und ihr habt gesagt, sie sieht sogar ein bisschen so aus. Also sie verhält sich nicht nur so wie der Hase von Soomania, sondern sie sieht auch ein bisschen dem Hasen ähnlich. Ähm, ja, find ich lustig. Passt für mich. Erzähl, hast du schon jemanden hinter Gittern gebracht? Du passt aber auch immer schön auf auf dich, oder? Ja, natürlich, Daddy. Na ja, also, ich hab die Bürgermeisterin vorgeladen. Das gab ganz schön Ärger. Was? Wieso? Wieso gab das Ärger? Naja, weil sie doch die Bürgermeisterin ist. Und es war wohl nicht richtig. Aber siehst du, vor dem Gesetz ist jeder gleich. Ja, na ja. Auf jeden Fall gab's ein bisschen Ärger. Aber es war eh erstmal noch so ein bisschen, ne, da war ich nur auf Patrouille. Und ich hatte jetzt zwei Übungsfälle. Das war auch super aufregend. Ich, ich glaub, dass ich bald meinen ersten richtigen Fall zugewiesen bekomme, Daddy. Oh was? Das ist ja wunderbar, Prinzesschen. Super. Mensch, richtig schön. Und, aber ist nicht gefährlich, oder? Mir wär's lieber, wenn du Büroarbeiten machst. Ich mein, du bist toll und ich trau dir das auch zu, den Job. Du bist ja super. Aber wär's nicht besser, wenn du eher im Büro bleibst? Nein, Dad, ganz sicher nicht. Ich bleibe nicht im Büro. Ich bin eine waschechte Polizistin. Ich, ich muss doch das tun, was ich kann. Oh, na ja. Okay, na ja, okay, na ja, oh ja, okay, na ja. Geht so. Nein, Dad, du musst mir da auch ein bisschen vertrauen. Wollen wir alle zusammen backen? Wetten, sie kriegt jetzt Ärger, wenn sie anfängt zu backen. So von wegen, das dulden wir hier nicht. Vielleicht hätten wir zu Hause backen sollen und das Gebäck mitbringen sollen. Wird schon jemand wütend? Bisher noch nicht. Daniela, hast du dich jetzt... Leute, wir haben nie lange in diesem Haus gespielt. Niemand hat sich jemand irgendwo reingebackt. Und jetzt? Die ganze Zeit. Ach, Bonnie ist auch da. Wie schick warm aussieht, wow. Ja, was ist denn jetzt mit den Keksen? Genau, mach die mal fertig. Damit wir das auch abschließen können. Dann Eiersuche und den Blumenhasen sehen. Geh doch mal Eiersuchen. Lecker. Fertig, Brownies. Mmh. Normale Qualität, super. Leute, ich hab Brownies gebacken. Kommt ihr alle vorbei? Oh, der Blumenhasen ist da. Aber nicht zu fest umarmen. Nicht, dass die Eier kaputt gehen. Hat er auch Geschenke eigentlich? Bin immer unsicher. Ist das wie der Weihnachtsmann? Super, Daniela, dass du uns gebacken hast. Das war ich gewesen. Oh, Felicity. Dankeschön. Das ist so lecker. Oh, sind das fertig, Brownies? Hättest du was gesagt? Ich hätte eine fünfsteckige Torte gebacken. Ach, Schatz, das ist doch super, dass Felicity für uns gebacken hat. Ja, ich dachte so als kleine Aufmerksamkeit. Oh, Schatz, das hast du ganz toll gemacht. Der Papa hat erzählt, dass du jetzt auf Verbrecherjagd bist. Erzähl doch mal. Und Daniela, erzähl du doch auch von deiner Karriere. Ja, na ja, meine Karriere ist auch super. Wieso hört die jetzt eigentlich die ganze Zeit in ihrem Sportanzug rum? Ich hab schon einige coole Aufträge bekommen. Naja, bisher war es eher so rauszufinden, wo Leute wohnen. Aber ich glaub, dass ich bald auch neuere Aufträge bekomme, bessere Aufträge, die vielleicht auch ein bisschen besser bezahlt werden. Sag mal, hab ich den beiden Mädels eigentlich eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio gegeben? Äh, äh, Herr Osterhase, hallo, bitte bleiben Sie. Ich hab noch nicht mal hallo gesagt. Schnüffel mal nach Geheimnissen beim Osterhase. Wo will er jetzt hin? Jetzt bleib halt stehen. Will er zu Caroline ans Haus? Ja, scheinbar. Bleiben Sie. Haben wir was? Nach Geheimnissen, Schnüffeln, Simbel, Lauschen. Beihilfe. Oh mein Gott, was? Beihilfe zur Straftat? Ich sehe in meiner Nachbarschaft regelmäßig einen Mann vorbeigehen. Letztens ist mir aufgefallen, dass er jeden Tag eine andere Aktentasche trägt. Das kam mir schon seltsam vor. Denn wer hat schon so viele Aktentaschen? Als er am nächsten Tag vorbeikam, siegte die Neugier in mir und ich folgte ihm in sicherer Entfernung. Wir schienen stundenlang zu gehen, bis er schließlich die Aktentasche auf eine Bank in Oasis Springs abstellte. Ich sah mich um, konnte aber niemanden entdecken. Also schnappte ich mir die Aktentasche und rannte. Als ich sie zu Hause öffnete, fand ich stapelweise Simoleons darin. Der Kerl muss ein wirklich erfolgreicher Krimineller sein. Ich geriet in Panik und rannte mit der Aktentasche so schnell ich konnte. Dann warf ich sie in den Kanal von Willow Creek. Wenn jemand das herausfindet, könnte ich Ärger bekommen. Oder noch schlimmer, auf eine Liste der lokalen Kriminellen stehen. Also Herr Osterhase, Sie krimineller Hase, Mensch. Das geht aber nicht. Ich werde dieses Geheimnis, ich glaube, ich werde den Hasen ein bisschen erpressen auch. Ich meine, man muss auch... Kann ich jetzt nicht, oder was? Ich möchte bitte den Hasen erpressen. Hallo? Ich möchte jetzt Geld vom Hasen. Ich finde, weil das ja eine Straftat ist, finde ich es ein bisschen krass. Oh, die haben so ein schönes Haus. Das ist das Haus übrigens von Felix und Caroline. Süß. Aber die hängen immer im Haupthaus ab. Also das ist schon wirklich ein heftiges Ding, Herr Hase. Ich weiß nicht, ob ich das für mich behalten kann. Ich meine, es ist schon ein ganz schön krasses Geheimnis. Es ist eigentlich auch eine Straftat, nicht wahr? Erpressen? Und ich finde, also ich kann es für mich behalten, aber auch nur, wenn ich entsprechend entlohnt werde. Weil ich muss ja irgendwie motiviert werden, die Geheimnisse für mich bezahlen. Äh, zu behalten, meine ich. Aber für ein paar Simoleons ist das in Ordnung. Kriege ich Geld? Do it. Do it. Was hat man eigentlich für Blumen? Oh, Rosen? Aber das ist aber viel Geld wert. Oh, jetzt machen wir die Erpressung. 100 Simoleons nur? Wieso so wenig? Ich dachte, man kriegt 500. Naja, vielleicht müssen wir das ganze Ding ein bisschen größer aufziehen. Aber wir wollen jetzt auch nicht jeden erpressen. Daniela, dann geh doch mal pieseln. Und danach kannst du vielleicht ein bisschen Schach spielen mit Felix. Du hast jetzt noch was gekocht. Kannst dich ja mal ein bisschen mit Caroline anfreunden. Ich glaube, ihr habt gar nicht so viel Kontakt. Ein bisschen Osterfeststimmung teilen. Dann kannst du noch mal Eier suchen. Hey, du kannst auch mitspielen. Warum nicht? Dem Sim ist es nicht gestattet, dieses Objekt zu verwenden. Ju, übertreib doch. Ja, also Ostern war echt schön bei euch, Mom, Dad. Aber wir müssen wieder gehen. Also wenn ich nie mal Schach spielen darf, ist es frech. Es ist einfach frech. Komm, Daniela, der Bus fährt gleich. Ja, ich bin doch schon da. Mach doch langsam. Nein, wir verpassen den Bus, Daniela, schnell jetzt. Wieso haben wir nochmal Geld bekommen? Wegen was jetzt? Das verstehe ich nicht. Oh mein Gott, wir haben 666 Simoleons. Aber warum? Wir haben einfach Money bekommen zwischenrein. Oh ja. Okay, wieder zu Hause. Toll, wir haben immer noch Hunger. Das ist ja auch super. Wir kommen nach Hause und haben direkt wieder Hunger. Okay, aber hier haben wir den Schachtisch. Dann kannst du ein bisschen Schach spielen. Können wir dich auch noch irgendwie ein bisschen vorbereiten? Nee, ne? Weil du halt eher aktiv in die Karriere musst. Oh, jetzt ist auch so ein Regenwetter gerade. Hätte ja sonst gesagt, wir könnten mal bei den Nachbarn klingeln. Aber die hassen uns ja ein bisschen. Guck mal, du könntest mal noch was backen dann. Vielleicht ein paar Brotstangen. Die reichen uns ja auch den ganzen Tag dann. Ja, der Mädels ist schon ein bisschen langweilig, gell? Was könnte sie denn machen? Mit ihr nicht so langweilig ist. Weil sie können ja auch nicht zusammen spielen. Kannst du Sport machen? Trainieren. Genau, mach mal Sport. Weil ich glaube, wir haben keine Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Wenn ich mich nicht täusche, wer ruft dich an? Carli. Oh mein Gott. Hey, du. Du wurdest ausgewählt. Teil der Romantik-Reality-Show. Sieben wilde Dates zu werden. Die Aufgabe ist simpel. Du versuchst, sieben perfekte Dates nacheinander mit anderen Teilnehmenden zu haben, während versteckte Kameras alles aufnehmen. Wenn alle deine Dates bis zum Ende ideal laufen, bekommst du unseren Hauptpreis. Warnung. Alle Beteiligten stimmen vertraglich zu, für eine Woche gefilmt zu werden. Ja, das ist jetzt schwierig, weil eigentlich hätten wir gerne mehr Geld. Und ich würde es auch gerne wirklich mal schaffen. Aber Daniela lässt sich nicht auf sowas ein. Die sagt jetzt so, nein. Meine Liebe ist nicht käuflich. Vor allen Dingen, weil sie auch gerade nicht kokett ist. Also sie ist gerade nicht... Wann mal, wie war das? Daniela ist gerade liebesscheu. Dann wird sie sich ja nicht mit zig Typen da auf ein Date einlassen. Okay, was machst du jetzt hier? Schach spielen. Gut. Wie läuft es mit deinem Level? Hast du das jetzt schon geschafft? Ja, perfekt. Und Daten durchsuchen musst du auch noch machen. Und dann ist der Tag eigentlich schon rum. Dann können die Mädels auch ins Bett gehen. Vielleicht regnet es morgen nicht. Vielleicht können wir irgendeine Aktivität machen. Das wäre cool. Oh ja! Ähm, 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 Felicity Mark Fitness. Finde ich gut. Web und dann Geheimdienstbanken durchsuchen. Mach das mal. Achso, du wolltest vorher noch backen, ne? Ja, und was machen wir mit dir, Mausi? Ich weiß es echt nicht. Ich trainiere halt nochmal ein anderes Video. Wie schön sie updancet. Okay, Daniela hat diese Brotstangen gebacken. Sie möchte gerne befördert werden. Und einen Tratschblock schreiben. Hä, wie cool. Oh, sie ist ein bisschen... Ja, jo, bisschen müde. Wie geht das mit dem Tratschblock? Tratschblock-Beitrag schreiben. Ja, cool. Kannste gleich mal machen. Ah, sie hat Kopfschmerzen, ne? Ein bisschen... Ah, nee, sie hat irgendwas. Oh, müssen wir morgen mal zum Arzt gehen. Ich hoffe, der Blog-Beitrag geht schnell. Schreib den ganz schnell, Mausi. Perfekt, dann geh schnell schlafen jetzt. Gut Nacht, ihr zwei. Schlaf schön. Sommer anfangen. Äh, was? Warte mal, müssen wir Sonntag... Oh mein Gott! Äh? Hab ich den Arbeitstag gestern verrafft, Leute? Hä? Ich war mal kurz in Welten verwalten. Oh mein Gott, haben wir gestern die Arbeit verrafft. Ich war nämlich kurz in Welten verwalten. Und ich glaube, ich bin um kurz nach acht wieder in den Haushalt zurück. Und wahrscheinlich haben wir dadurch den Arbeitstag verkackt. Oh Gott. Entschuldigung. Das ja... Aber ich bin ja auch krank, weißt du, Leute? Das schiebe ich doch da drauf. Das ist ja upsie, ne? Nee, aber scheiße, gelaufen. Aber wir werden es nachholen. Wir gehen heute zum Arzt. Oh Mann, äh, zum... Ah! Wir gehen heute zur Arbeit und Danila geht jetzt zum Arzt. Schnell, schnell. So, und Felicity muss heute arbeiten. Ja, natürlich. Und wir gehen mit. So war das. Oh Mann, da hab ich voll verkackt. Warte mal, du bist... Wenn du konzentriert bist, bist du in idealer Stimmung. Kann man nicht darüber konzentriert werden? Oh mein Gott, sie hat auch Beschwerden. Ja, und was hat die Maus jetzt? Jetzt konnte ich es nicht lesen. Habt ihr es lesen können? Jetzt weiß ich es nicht. Hoffentlich steht es oben jetzt nochmal, was sie hat. Es steht leider nicht hier oben, was Felicity... Äh, was Daniela jetzt hat. Steht es hier jetzt irgendwo mit dabei? Meningitis, während sie immunisiert sind. Sims, die Immunigitis immunisiert wurden, erkranken selten. Ach so, das ist es nicht. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Vielleicht kann ich sie dann nochmal zum Arzt schicken. Müssen wir da mal gucken. Okay, wir sind auf jeden Fall jetzt bei der Arbeit und kriegen einen Fall zugewiesen. Ich glaub, das ist unser erster richtiger Fall. Oh mein Gott, Leute. Felicity, dein erster Fall? Oder was? Dann gehen wir mal zur Tafel. Ich glaube hier... Ne, wo bekommst du den Fall zugewiesen? Am Computer, natürlich, genau. Das weiß ich doch, weil ich diesen Einführungskurs gemacht hab. Fallzuweisung erhalten. Ja! Oh, wie aufregend! Felicity wurde ein neuer Fall zugewiesen. Benutze die Verbrecherkarte, um zum Tatort zu gelangen. Okay, wir legen eine Fallakte an. Im Labor geht immer die Party ab, ne? Zum Tatort reisen. Das machen wir jetzt. Oh, wie aufregend! Ich freu mich! Tatort. Am Tatort findest... Ist das schon wieder der Tatort? Nein. Findest du Spuren, bla bla, untersuche... Ja, äh, okay. Sprich mit den Zeugen. Okay, 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 okay. Das ist ein neuer Tatort. Oh, wie aufregend. Wie sieht's aus? Oh, so ein schönes Haus. Sind wir in Glimmerbrook? Oh, Leute, ich glaub, wir sind in Glimmerbrook. Das ist voll cute. Okay. Was ist passiert? Hier ist eine Braut. Oh Gott. An der Hochzeit was schiefgegangen. Oh nein. Wir werden jetzt mal nach Spuren suchen hier draußen erst mal. Wir wissen ja... Oh, was ist denn hier passiert? Hat jemand... Oh nein, oh nein! Ach so. Ja, hier. Beweismaterial sicherstellen. Oh, hier auch. Beweisfoto machen. So alles schön sicherstellen, Beweisfotos machen und alles Mögliche, ne? Ei, ei, ei. Müssen wir da nicht solche Schildchen aufstellen, dass wir das schon überprüft haben? Hat da einfach jemand den Garten verschandelt? Ich finde es zwar nicht in Ordnung. Oh Gott, wir stinken und haben Hunger. Oh nein, oh nein. Na ja, wo sind denn die Zeugen? Bitte. Oh, da drin. Oh mein Gott, das ganze Haus wurde zugekleistert damit. Das finde ich ja voll schlimm. Oha. Wo sind denn die Zeugen? Da ist ein Zeuge. Wir werden mit ihm sprechen. Zeugenbericht aufnehmen. Hallo, guten Tag. Ich wollte mal nachfragen. Also, ja, da sind einfach solche Typen gekommen und die haben dann einfach da so Sachen gemacht. Oh mein Gott, okay. Hey, ja, das ist sehr interessant. Dankeschön für die Information. Ich werde die anderen auch noch befragen. So, Miss, möchten Sie mir auch erzählen? Was ist denn genau passiert? Wann ist es Ihnen aufgefallen? Naja, wir haben alle geschlafen und dann sind wir aufgewacht und ich habe nichts gesehen. Aber vielleicht hilft es Ihnen ja. Oh, okay. Wo ist denn die andere Zeugin? Wir suchen noch eine Frau. Die mit dem weißen... Ach, die sitzt hier im Schlafzimmer auf dem Bett mit dem Polizisten. Ich frage nicht weiter nach. Die Aktion wurde bereits ausgeführt. Achso, haben wir schon alle befragt? Hä? Ach, von ihm kann ich noch, aber ich habe doch sie angeklickt. Naja. Sie sitzt nicht mit dem Polizisten am Bett, sondern mit ihrem Göttergatten, Leute. Sind die überhaupt verheiratet? Sind sie gar nicht! Ihr dürft es nicht. Oh mein Gott, Felicity. Ja, also, ich wollte mal nachfragen. Was haben Sie denn gesehen? Okay, dann gehen wir wohl zurück. Ich bin für dich da, Liebes. Ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst. Oder so. Ja, ich glaube, wir haben alles. Ich meine, es steht ja nichts mehr in meiner To-Do-Liste oder in unserer To-Do-Liste. Deswegen würde ich sagen, zurück zur Wache und mal gucken, was wir da jetzt analysieren können. Ich hoffe, so ein Analysegerät ist jetzt frei. Okay, wir haben ja Beweise. Wir müssen jetzt Beweismaterial analysieren. Hinweise der Polizei. Geht doch mal weg vom Gerät, Leute. Ich habe hier sieben Beweise, die ich analysieren muss. Also wirklich, das finde ich nicht okay. Gehen Sie jetzt weg. Gehen Sie weg. Ja, genau. Das Analysieren dauert auf jeden Fall lang. Keine nützlichen Informationen. Okay. Bleib lieber am Gerät, sonst nimmt es dir jemand weg, Maus. Komm zurück. Ja, gut. Okay, die erste Analyse ist schon mal fehlgeschlagen. Es ist auch wirklich schwer, sich hier zu konzentrieren, wenn hier so viel los ist. Ich meine ja nur. Okay, wir haben eine erfolgreiche Analyse gebracht. Ein nützlicher Hinweis für den Verbrecher. Das können wir dann bestimmt, wenn wir das auf unser Board machen, dann rausfinden. Ah, das geht auf Logik. Okay, wenn ihre Logik höher ist, kann sie vielleicht auch besser und schneller analysieren. Wieder keine nützlichen Informationen. Aber wir haben noch mehr Material. Also theoretisch steht jetzt einfach Hinweise der Verbrecherkarte hinzufügen, aber ich würde schon noch die restlichen Hinweise auch noch analysieren. Können wir länger bleiben? Länger bleiben. Ich habe mal eben kurz einen Arbeitstag verlängert, Felicity. Weil wichtig. Ich glaube, man kann mehrere Tage an einem Fall arbeiten. Ich glaube nicht, dass das dann ausgelöscht wird, wenn wir jetzt den Tag wechseln sozusagen. Oh, hast du abgebrochen jetzt? Oh, du kannst ja mittendrin aufhören. Naja. Hinweise hinzufügen. Okay, mach mal. Ja, sie stinkt halt auch voll, ne? Naja. Was willst du machen? Das ist ein harter Job als Polizistin. So, Felicity hat Hinweise gefunden. Weitere Hinweise? Ach, das hat sie jetzt hier unten aktualisiert. Oh! Verdachtsperson trägt ein kurzärmliges Shirt. Was hast du noch so für Hinweise? Was? Wir haben schon genügend Hinweise, um eine Fahndung einzuleiten. Nee, als ob. Neue Hinweise ableiten. Konnte keine neuen Hinweise ableiten. Okay, aber dann müssen wir vielleicht wirklich nochmal ein bisschen Beweismaterial analysieren. Weil wir wissen ja erst zwei Sachen. Oh, Level 3 der Logikfähigkeit. Daran können wir aber zu Hause dann auch arbeiten. Ja, wir haben noch einen nützlichen Hinweis gefunden. Aber könnten jetzt auch noch einen Beweis analysieren. Das heißt, wenn wir morgen wieder arbeiten gehen, müssen wir mal gucken, ob wir wieder analysieren können. Oder ob das dann ein neuer Verbrechensfall ist oder so. Das fände ich aber komisch. Ich glaube, das bleibt, wie gesagt. Was haben wir noch für einen Hinweis bekommen? Braune Haare. Okay, das sind schon mal drei Hinweise, mit denen man auf jeden Fall arbeiten könnte. Aber, naja. Hinweise mit Polizei Datenbank abgleichen. Ah, Tadortfotos oder Zeugenberichte. Okay. Nehmen wir aus. Wir gehen jetzt nach Hause. Vielleicht schaffst du es noch zum Automaten, zum Snackautomat. Aber ich glaube nicht, oder? Doch. Äh, was ist denn das für ein Bonus? Das habe ich ja noch nie gesehen. Moderne Zelle. Klotz statt Klecker. Klotzen statt Kleckern. Regal. Lonely Man. Kalter Stahl. Ach so. Das sind die ganzen Sachen, die wir freischalten. Wir können jetzt praktisch eine Gefängniszelle bauen. Zu Hause. Cool. Ja, machen wir nicht. Die Versuchs nicht mal. Wand, Recht und Unordnung. Okay, krass. Nächste Schicht beginnt am Mittwoch um neun. Was? Am Mittwoch? Wieso nicht morgen? Äh, ich bin mitten im Fall. Oh Mann. Nee, Leute. Wir wollen doch jetzt nicht eine ganze Woche warten. Sonntag bis Mittwoch. Das ist ja fast eine Woche. Hm. Ist mir jetzt nicht recht. Aber ich meine, es ist schon cool, dass wir befördert wurden, gell? Aber ich finde es jetzt echt blöd, dass wir bis Mittwoch warten müssen. Naja, gut. Wie lief es denn bei Daniela? Sie hat ja heute frei, ne? Gut. Naja, ist halt jetzt so, ne? Geh mal duschen, Maus. Du stinkst bis in den Himmel rein. Come on. Daniela kann auch ein bisschen Schach spielen. Die Nachbarin tümpelt da draußen rum. Ja, dann wird jetzt einfach nur noch gegessen und ab ins Bett, oder was? Felicity, wollen wir essen gehen zur Feier des Tages? Du wurdest befördert. Äh, ja. Können wir eigentlich machen. Ja, come on. Wir gehen doch mal aus. Aber es ist schon 20 Uhr. Ist doch egal, Felicity. Sei doch nicht so ne Spaßbremse. Komm, wir gehen feiern. Feiern, Leute. Sonntags. Naja. Die Mädels kennen sich ja aus damit. Gehen wir, hm, Party machen? Der Nachtclub. Ich glaub, der war irgendwie nix, ne? Wir gehen mal zum Nachtclub. Okay, das ist dieser Nachtclub hier. Ja, sieht ein bisschen schäbig aus. Kein Problem. Könnt ihr euch mal umziehen, Mädels? Wir gehen feiern. Hm, wir nehmen mal unser Party-Outfit. Haben wir überhaupt sowas? Oh ja. Teilweise. Vielleicht kann Daniela dann hier noch irgendwo schnüffeln. Boah, sie sieht auch so schön aus, die Frau da. Ich hab aber jetzt echt Hunger. Lass uns erst mal was essen. Oh, du bist so schlecht gelaunt. Nein, bin ich wirklich nicht. Ich hab nur echt Hunger. Ja, lass uns mal in die Bar gehen. Da kommt bestimmt gleich jemand. Du hast nur jetzt den Burger her. Ach so, den hatte sie sich auf der Arbeit noch geholt. Äh, Dad, du bist nicht da. Dass die immer auf die Grundstücke kommen müssen, ne? Oh mein Gott. Felicity, siehst du den da? Wen denn? Den da, das ist Jason. Jason Sterling. Das ist ein Weltstar. Oh mein Gott. Der ist hier in der Bar? Oh mein Gott, siehst du diese da? Diese Nerissa? Die mit den Elfenohren? Da war ich heute, bei dem Fall. Da wurde randaliert am Haus. Oh mein Gott, wenn sie mich erkennt, das wäre ja super unangenehm. Sie soll doch nicht sehen, dass ich eine Party-Maus bin. Felicity, auch Polizisten haben mal Feierabend. Nein, das ist mir unangenehm. Ich glaube, ich möchte nicht, dass sie mich hier sieht. Oh, jetzt reiß ich mal zusammen, Girl. Ich glaube, ich stelle mich mal bei dem Star vor. Was? Nein, bleib sitzen. Nein, wieso? Mal ein bisschen ausspionieren, schade doch nicht. Doch, hör auf, Daniela. Kannst du ihn jetzt ausspionieren? Eben ging es doch. Es kommt irgendwie keiner mehr in die Bar. Oh mein Gott, da ist noch ein Star. Was ist denn hier los? Geh mal diese Frau ausspionieren, bitte. Ist doch gar nicht auffällig, Daniela. Gar nicht. Ja, geh doch pieseln, komm. Wie, warte mal bitte. Pipi, Pipi-Busch, wieso gibt es hier keine Toiletten? Ich wollte gerade sagen, gehst du bitte auf eine normale Toilette? Mausi. Es ist ein normales Etablissement mit Toiletten. Komm mal nicht runter, ne? Kannst du die Treppe nicht nach unten gehen? Ah ja, und jetzt kannst du hier aufs Klo gehen? Ah ja. Geht also doch. Nur die Motivation gefehlt. Ja, schöne Party. Felicity möchte gerne tanzen. Na komm, dann tanz doch mal eine Runde. Hä, wieso hat Daniela was über Finn kennengelernt? Finn ist doch gar nicht hier. Okay. Warte mal, sie will lieber zur Musik der Stereoanlage tanzen. Ah, jetzt hat's geklappt. Etwas trinken. Maus. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ach, mach halt. Trinkst halt mit Daniela was. Die wollen beide was trinken, die Girls. Wieso ist denn Finn da? Wo ist denn Finn? Ich seh ihn überhaupt nicht. Da ist er ja. Hey, was macht ihr denn hier, Mädels? Finny, was machst du denn hier? Ja, ich bin auf eine Party eingeladen. Ich dachte, ich feiere eine Runde. Oh, das ist echt cool, dass du vorbei bist. Hättest du doch was gesagt. Wir müssen nämlich leider jetzt wieder nach Hause, weil wir sind so müde schon. Ja, und außerdem muss ich morgen arbeiten. Wie, du musst morgen arbeiten? Und dann bist du so spät noch aus? Boah, weh, du erzählst es Mom oder Dad. Nein, mach ich nicht. Gut. Leute, nicht, dass er petzt, Mann. Das wäre doch kacki. Oh je, oh je, oh je, oh je. Irgendjemand wurde adoptiert gerade. Müssen wir mal gucken, wer. Jetzt aber mal ganz schnell ins Bettchen, ihr zwei. Ihr habt da die ganze Nacht durchgefeiert. Du, das sehe ich aber nicht so gerne. Naja, ab und zu darf man auch mal feiern gehen, Leute. Vor allen Dingen, wenn die arme Felicity hier hart geschuftet hat, den ganzen Tag. Dann muss sie auch mal feiern können. Für Daniela wird es eng. Die muss nämlich sehr früh raus um sieben. Aber ich würde sagen, wir speichern jetzt einfach mal und kümmern uns dann in der nächsten Folge drum. Wir vertagen das einfach. Ich hoffe sehr, euch hat diese Folge gefallen. Tut mir leid, dass ich jetzt, wie gesagt, den ganzen, also ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt rausgehört habt, aber falls, dann tut mir leid, dass ich jetzt so verschnupft geklungen habe. Es wird jetzt wieder bald besser werden. Und dann sind die Videos auch wieder ein bisschen Energie geladen. Ich glaube, das hat man jetzt auch ein bisschen gemerkt. Aber die Folge war großartig, denn wir haben unseren ersten Fall bekommen. Wir haben, also ich fand die Folge großartig. Ich hoffe ihr auch. Wenn ja, dann lasst gerne mit dem Daumen da oben da. Wir haben den ersten Fall bekommen und wir werden auch diesen Fall in der nächsten Folge weiter bearbeiten. Da freue ich mich auch drüber. Und dann hoffentlich finden wir den richtigen Verbrecher. Also mir macht diese Polizeikarriere unglaublich viel Spaß. Ich habe mir für die nächsten Folgen auch was überlegt, was so das Thema Partnerschaften angehen könnte. Aber auch da bin ich jetzt einfach mal offen und gucke mal, was das Let's Play auch so mit sich bringt. Ihr dürft mir super gerne wie immer Kommentare schreiben, wie eure Ideen zum Let's Play sind. Vielleicht habt ihr irgendwas Cooles im Hinterkopf, was ihr mir schreiben wollt. Dann schreibt es gerne rein. Da freue ich mich drauf. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, meine Lieben. Auf Wiedersehen. Und Tschüssli.